Unser Notfällchen des Monats ist diesmal der Nero. Nero ist ein Riesenschnauzer Mischling, ungefähr 8 Jahre alt, wurde ausgesetzt, sitzt schon seit anderthalb Jahren hier im Dresdner Tierheim, ist, naja, ein großer schwarzer Hund, relativ lebhaft, aber ist total lieb. Mutte? Ja, fein! Ist wie gesagt 8 Jahre alt, ist ein Junge, man muss mit anderen Hunden ein bisschen aufpassen, ansonsten ist er super freundlich, mag Kinder, ist ein Familienhund, würde sich natürlich freuen, wenn er in ein Grundstück kommt, wo er ordentlich Auslauf hat und hat auch schon eine Grunderziehung. Sitz! Was jetzt? Und Nero, Platz! Ist das toll? Also ich würde ihn nehmen, aber ich würde ihn, glaube ich, Teddybärchen nennen. Aber es ist der Nero, sitzt im Dresdner Tierheim und wartet auf euch.